Aber in Österreich natürlich nicht so, aber... Liege zu meiner linken Seite. Liege, halt. Schützen, die hier auf meiner linken Seite bilden. Auf meiner linken Seite schützen, die hier bilden. Hier, du Schinknie, denk dran. Noch nicht. Freis Feuer auf die Kavalerie. Über nicht so groß. Aus... nicht so groß. Das wird nun nicht lange möglich sein. Ab jetzt. Ja, wir gehen gleich eine Lücke auf die Information. Machen die... Leck. Machen die Gradierte da fertig. Okay, wenn ich gleich links um sage, dann dreht euch einfach links um und lauft dann auf der Artilie zu. Macht aber zwischen euch, beim linken, also beim rechten Nachbarn, eine Lücke, okay? Aber wir machen einen großen Sturmangriff. Ja, genau. Über größere Distanz. Ich war aber auch gerade die Garantierte links um. Ja, die sind legal. Links um. Gott schützt den König! Britannia! Versuch, eine Lücke zu machen, ein bisschen. Aber auch nicht tun, was ich ausschalte. Er muss ein bisschen dichter ran nach links. Gott schützt den König! Ach, die haben Artilie. Großbritannia! Großbritannia! Wir dürfen im Nachkampf nicht schießen, glaube ich, oder? Nein. Also direkt Nachkampf. Bitte nicht schießen, nochmal wichtig. Ich glaube, die sehen uns kommen, aber die auch nicht, oder? Oder die warten nur? Sie sind alle tot. Sie sind alle tot? Ja, die Artilleristen sind tot, aber es kommt ein Regiment von Grenadier. Nee, ich meine der Feindliche. Doch, geradeaus. Okay, direkt nach Kampf, direkt nach Kampf. Direkt nach Kampf. Wir treffen keinen. Oh. Leck. Da, jetzt ist hier mein Muspietin, ne? Stopp. Mein Gott. Einfach mal nach vorne gelenkten. Der Server ist scheiße. Das Ding hätte uns treffen können. Wieder mal anders hin. Das macht mich mal. Oh. Jawohl. Okay, ich steu mal, guck mal, nur. Okay, liegen hinter mir, ich laufe. Mach das, mach das, hopp. Und sind die Grenadierer. Ähm, Karrierer, nur noch die Grenadierer, fast tot, freustischer Haufen, freustischer Haufen bilden. Freis Feuer. Der Haufen, da ist einer. Noch nicht die Formation auflösen, sondern das ist nämlich Nahkampf. Ich bin tot. Wer hat Kommando? Gut, auflösen, Nahkampf. Teki hat Kommando. Ich bin tot. Julian hat Kommando. Was? Der hat Kommando. Achtung, Leck. Der hat Kommando, Julian ist tot. Ähm. Wer lebt denn noch? Hat dich. Timor. Hat der jetzt tot. Schab. Timor hat Kommando. Schab hat Kommando. Sehr gut. Ich glaube, der fernst. Stäumen ist völlig egal, wer das dummer Nord und stürmt sowieso aus. Äh, Lichtern geh ich. Äh, ich glaube, du richtig gehst. Tch. Hm. Das ist ein Mutterschiff. Äh? Was war das? Landmeer, ich glaub's nicht, ey. Ja, haha. Mutterschiff. Äh. Weil du sonst ne Slayland. Hä? Find ich gut. Also. Weil du sonst... Oh, es ist schon doch noch auf Rechtslinie, Halt. Geordnet. Wohna. Leck. Ja, Leck. Auf die Kammerlerie, auf die Kammerlerie. Aufbilden, aufbilden, aufbilden. Aufbilden, aufbilden. Um mich herum, kreisbilden und preisfeuern. Was? In der Nachkampf, nackern. Ähm. Aufbilden, aufbilden. Ich scherz dich mal wieder. Achtung. Und dann bleibt man oben, es wird nur ein Bild. Ja. 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 Ja.